Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bist du zuletzt gefahren? Nico. Alles gut Theo? Ja. Boah, das gefällt jetzt. Das merke ich jetzt schon noch. Autofahrt. Lass mein Auto noch ein bisschen sauber machen. Schwer sind sie auch nicht? Weißt du was? Was? Holz? Nein, klar. Hier ist echt Holz. Wie schön. Alles hier ist allein. So. Mh. 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 Hi mom, is that hi? Hi. Warte. Hier kannst du auch einen Löffel essen. Ich glaube, das geht besser. Ja, nimmst du den Löffel? Oh mein Gott, das hatte ich morgen. Jetzt sind wir zu zweit. Den Teller finde ich voll schön. Nachdenkliche? Was für den? Oh! Ich hab das gesehen. Lecker, oder? Ja. Schmeckt dir das gut? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Machst du zu? Zu machen. Ach, zu? Nein, du musst jetzt zu machen. Theo, wir machen das jetzt zu. Okay. Hallo und willkommen zurück. Ich wollte mich auch mal wieder melden. Wo ist es? Warum legst du denn da auf dem Boden? Es ist viel Zeit vergangen. Theo ist jetzt mittlerweile ein Jahr und zwei Monate alt. Wie man auch so schön sagt, 14 Monate. Wenn mich jemand fragt, wie alt ist denn dein Kind? Ja, 14 Monate. Wir sind gerade bei Familie im Urlaub. Wir brauchten echt mal irgendwie so eine Auszeit. Genau, das ist hier an der Ostsee. Also ich brauchte einfach mal ein bisschen Zeit für mich. Oder, beziehungsweise für uns. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und hier habe ich meine Kindheit verbracht. Hier habe ich jeden Sommer verbracht. Und jetzt zum ersten Mal mit meinem Kind so richtig hier Urlaub zu machen in meiner Familie. Ist echt mega. Richtig schön. Also das Wetter ist so lala. Ähm. Ja. Sonne. Sonne scheint gerade. Ähm. Mal gucken, was wir heute erleben. Wir waren schon am Meer. Und es war richtig schön. Ja, und ich wollte es so ein bisschen hier aufnehmen. So ein bisschen teilen. Und, ähm. Hoffentlich fällt es ein bisschen mit. Soweit das erstmal von mir. Einmal Hände waschen doch. Wir müssen Hände waschen. Mhm. Ja. Theo, Mütze auflassen. Gib Mama die Mütze. Theo, gib Mama die Mütze. Theo. Dirk. Dank auch. Ey. Enig. Wie eine Mütze. D fiber. D. 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 Du hast aber heute wieder was getrunken, oder? Das ist aber ammer. Heute bist du... Es wird immer schlimmer hier. Jetzt kriegst du dich am Wackeln hier. Ja, aber das hat Nico doch nicht mit Absicht gemacht. Komm! Sag mal! Dann musst du nicht weinen. Komm! Es gibt doch gar kein Kumpel. Das ist doch scheißegal. Ich denke, wir wollen doch mal auf Tour heute. Das wird ja wohl nicht mehr. Genau. Theo fühlt sich mega wohl hier. Mama auch. Lecker Wein endlich mal wieder. Genau. Und schöner Ausblick. Ist echt toll. Sind die Pferde weg? Ja, wohin standen die hier alle. Ganz aufregend. Den großen Onkel in meinem Rasenmähen zuzunehmen. Das ist so, als meine Socken rutschen mir immer vor. Und ich müsste... Willst du was trinken? Falls wahrscheinlich Fragen kommen. Ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Aber ich habe meine Haare einfach nur geflochten über Nacht. Die waren noch ein bisschen feucht gestern Abend. Und dann habe ich sie geflochten. Und dadurch sind die Wellen halt entstanden. Mit so einem französischen Zopf. Und ja! Au revoir! Wir machen uns jetzt auf den Weg in so einen Shabby-Shake-Laden. Mal gucken. Ja, hau doch. Ja, genau. Ja, genau. Die Kühe. Das hat jetzt... Hier wird gerade ein richtig hübscher Strauß gemacht. Hier mitgefahren? Oder warst du alleine? Ich bin alleine. Ich wohne auch alleine mit, weil ich auch... Hier sind wir bald Freunde. Hier, hier, hier. Weil... Ich bin langsam groß selbst zusammen. Die Kühe. Ich binigartig說. Mitamentos? Chaach. Chaach brauche ganz draußen. Komm, gib essen! Essen! Das sieht aber lecker aus. Hört nicht gut aus. Ne, Theo? Ah, das sieht aber lecker aus. So, mal helfen. So. Den anderen Schuh auch?